Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Hallöchen. So, wir haben den Blutmond erfolgreich überstanden, ohne auch nur die kleinsten Schäden, Mängel, Straprazen. Prinzipiell war es ja, das war ja eine Nullnummer, dieser Blutmond, ja. Jetzt müssen wir aber einmal gucken, dass wir hier looten die Kiste vielleicht noch aufmachen. Wir brauchen unbedingt den Zementmischer. Aber erstmal, um die Basis hier stabiler zu machen. Habe ich Essen? Nee. Und dann möchte ich gerne drüben irgendwann mal anfangen, meine Basis überhaupt zu bauen. Nö. Ich meine, ich könnte schon noch Pflastersteine aufwerten, aber... Wäre vielleicht besser, dann hauen die das nicht gleich kaputt. Ja, aber so kostet euch die Reparatur nichts. Wieso habe ich denn schon wieder so wenig Ausdauer? Äh, eins, das... Möchtest du deine Dings aufwerten, deine Axt? In eine Mod reinmachen? Mit was? Ja, welche denn? Holzsplitter-Mod. Gib mal. Weil du hast ja die schlechtere Axt. Dann ist sie ein bisschen besser. Ich habe Stufe 6. Jasmin, zieh doch mal den Bauch ein. Ich komme hier nicht durch. Jasmin! Ich halte so viel, du. Leer, leer. So, hier ist zum Beispiel schon mal... Ja, hier sind ja nur die Big Bags, ne? Und die Säcke. Mit Zement. Aber den können wir ja auch mal mitnehmen. Ey, du brauchst aber alles hier. Äh, ja. Mainly aber jetzt die Forge-Head. Hier sind zum Beispiel die Dings. Pflastersteine. Ja, das ist doch praktisch. Die brauche ich. Hier ist Zement. Ja, die brauchst du. Schwimpel dich. Ich auch. Quatsch, wofür denn, Jasmin? Kannst du doch selber herstellen aus Lehm und Stein. Das Lehm? Pflasterstein? Ach, hier müssen wir vielleicht auch mal zumachen. Wo? Wegen dem Tunnel vielleicht auch. Nein. Nee, das glaube ich nicht. Ich müsste eigentlich noch mal zur Basis gucken wegen Essen. Hier unten geht es ja noch weiter, ey. Vielleicht habe ich ja... Wie weit geht denn das runter? Ja, so ein bisschen. Aber hier kommt, glaube ich, kein Loot nach, weil wir hier uns oben drüber breit gemacht haben. Oh, dann hätten wir uns mal unten breit gemacht, ey. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn die runter regnen, so. Kommen die immer wieder? Nee, ich meine beim Blutmond, wenn die dann einfach so runter regnen, die Zombies. Nein, ich meine da richtig... Oh, wo, wo, wo kommen die? Äh, ich habe, ich habe jemanden beim Duschen gestört. Achso. Ja, ja, hat sich aber geklärt. Aber oben müsste auch noch irgendwas sein, ne? Mega cool hier. Oben? Ja, weil da so Lüftungslöcher sind, sieht es aus, wie man da auch noch irgendwie... Aber ist doch hier unten voll cool gemacht, ey. Ja, geil gemacht ist es. Aber du hast halt hier, äh... Wenn du hier deine Basis reinsetzt, dann hast du halt Zombie-Regen, ne? Ja, das nicht, aber so... Man hätte wohl was machen können hier. It's raining dead. Die Kisten zum Beispiel, aber wenn die immer nachluten, die Zombies... Nach... äh, respawn, meinst du? Ja, meine ich, ja. It's raining dead. Halleluja. It's raining my dead. So, aber hier unten... Ja, es kommt kein Loot nach, glaube ich. Ja, aber cool, ey. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, das war grundsätzlich eine Sackgasse. Aber es ist echt doof, dass hier die Zombies immer wieder kommen. Das ist der Nachteil. War ich da schon mal? Aber sonst fände ich das hier mega, ey. Bin ich hier letztes Mal auch langgegangen? Wo bist du denn, ey? Ich bin nicht allein. Ja, du gehst ja auch einfach immer weg. Hallo, Jasmin. Willst du mein Freund sein? Bist du oben, oder was? Wir sind jetzt beste Freunde fürs Leben. Bist du oben? Ich bin... nein, ich bin hier unten. Ey, wo denn? Na hier. Wie bist du denn da hingekommen? Na hier. Wo bist du denn? Bist du über mir? Ja, du bist runtergegangen. Ja. Ja. Aber da gibt's nichts mehr, oder was? Weiß ich nicht. Hä? Ja, ich war jetzt nicht bis zum Ende. Ich bin dir wieder entgegengekommen. Oder wollen wir wo... Komm, wir gehen woanders. Hier ist nicht so krass. Dieser 0815 Bruchbude hier. Absteige, ne? Ich hab Schuhkartons gesehen. Die waren geräumiger. So, wo wollten wir jetzt hin? Raus. Äh, wie komm ich denn jetzt hier wieder... Verdammt. Na. Jetzt bin ich von runtergefallen. Warum? Ja. Das hab ich nicht getan. Ah. Hättest du mal. So, war jetzt hier noch irgendwo was? Ja. Wichtiges? Eine Fliege auf meinem Arm. Und sie muss sterben. Äh? Äh, ja. Hier kommen wir nur... Hier müssen wir uns rausbauen. Achso, wir müssen ja da rüber, weil... Aha. Warum machen wir hier nicht ne Leiter ran, ey? Ja. Einmal kurz ein bisschen naschi-naschi machen und dann können wir von mir aus losstarten. Ja, warte. Ich will hier nochmal ein bisschen was wegpacken und, äh... Wie waren das jetzt mit dem Tau-Sammler? War da was? Äh, ein Wasser. Eins. Eins. Eins Wasser. Eins. Okay, ich bin mir erst mal ein bisschen was zu frodern noch mit. Boah, haben wir den zum Moment? Hier. Äh, Eisen. Das muss noch weg. Äh, da... Ja. So, verscherbeln. Hier. Komm mal, da... Hier. Siehst du, ich muss unten auch noch was ran kommen. Oh, Jasmin, das dauert wieder. Hä, du packst doch selber was weg noch. Ich bin fertig. Komm. So, den können wir da noch rein... Kommen wir am Händler vorbei, rein zufällig? Kommt ja nicht. Das könnte ich noch abkochen und der Rest muss leider mit. Meine Tasche wird immer voller. Mit Sachen, die ich mitnehmen muss. Rezepte. Oh, ey. So. Ja, wenn wir am Händler vorbeikommen sollten, könnten wir ein paar Sachen mitnehmen. Vielleicht hat der auch ein gutes Buch. Ich hab echt nicht Winken, hab ich. So, dann. Los. Kommst du? Ja, 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 ich pack nur kurz ein paar Sachen für den Händler ein. Wollten wir mal da hinten lang, oder? Oder was wolltest du jetzt machen? Wo lang? Oh, meine Maus ist mit Kabel hier. So, äh. Ja, gut, wenn wir jetzt, äh, die Richtung wechseln, brauchen wir nicht zum Händler. Ja, wollten wir hier mal... Wir wollten doch mal hier die andere Ecke gucken, wo wir noch nicht so waren. Okay, dann packe ich die Sachen zurück. Ja, ich geh mal noch Baum fällen. Ja. Werd' ja das bisschen hier alleine gekriegen. Kommst du zurecht? Ja, ja, ich komm zurecht. Okay. Äh, brauchst du Hilfe, Jasmin? Hey, ich hack' nen Baum. Wieso ist hier schon wieder ein Loch? Das ist das von deinem Dings bestimmt. Von deinem... Geworfene... Nee. Keine Ahnung. Äh, also irgendein Zombie ist bei meiner Basis in ne Baustelle gefallen, ins Loch und hat sich freigebuddelt. Oh. Ja, das müssen wir bei Gelegenheit mal schließen mit Erde. Aha. Das ist ja... Das ist ja ein Ding. Ah, der ist ja eine Tulle gegraben, der alte... Wollen wir hier mal rein? Mh, ja, ich glaub' nicht, dass da was drin ist, aber wir können ja mal gucken. Ein Bruch? Oh ja. Watch Ahead? Nee, der Schlagmann. Hm. Oh. Oh, der... Drei Totenköpfe. Die haben wir auch an unserer Basis. Ja? Ja. Stör! Vorsicht, 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 mehrere. Kein Problem, ihr legt euch nicht mit den drei Totenkopf-Gängern, du. Erstmal, wir brauchen noch einen Namen. Irgendwas mit MC. Ach, du kacke MC, ja. Totenkopf-MC. Dann können wir unsere Basis auch Charter nennen. Ah, du willst mal so einen Charter nennen. Charter-Kater. Ein Charter-Typ bin ich, ne? Ein Charter-Typ. Oh, hier ist noch ein Buch für dich in dem Schrank. Ja, da warst du jetzt grad drin, ne? Ja, 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 genau, genau. Das Buch meinte ich. Ja, hab ich. Schaff ich noch. Wo denn? Äh, da. Das ist der Pizza-Junge. Achso, hier geht's runter. Pizza-Boy. Der Pizza-Boy. Ekel. Ich habe keine Birnen bestellt. Hier geht's runter. Bist du runter? Achso, bitte. Ja, 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 ja. Aber ich hab immer noch kein Forge-Head. Okay, Jasmin, das ist deiner. Ich nehm den grün. Äh, warum nur ich? Äh, ich hab mein Fertig, aber hier kommt irgendwo noch einer. Dankeschön. Aber irgendwo ist hier noch... Ja, da, orangene Augen. Dafür, dass du mich gehauen hast, mach ich dich jetzt fertig, Alter. Ja, gib's ihr, Jasmin. Olle Zippe. Oh, oh, äh, hm. Ja, 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 das hab ich nicht gesehen. Guck mal, die hat versucht, mich zu bezürzen. Guck mal, guck mal. Gleich ist sie weg. Guck mal. Guck mal. Nein, warum soll ich immer gucken? Oh, ein Kaffee. Du bist ja langweilig, Jasmin. Ja. Oh Gott. Ich habe eine Mission. Äh, ich auch. Beschütz mich. Wo denn? Äh, einmal rechts und dann geradeaus. Da ist noch was. Ich durchsuche die Handtasche. Das hat sie davon. Das ist ein richtiger Schlingel. Ja, Nova. Ich bin großkrimineller. Ich plündere den Keller. Moin, moin. Moin. Ich bin großkrimineller. Ich plündere den Keller. Kriegst du hin, ne? Ja, 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 ja. Mit dem Versicherungsmakler bin ich schon immer klar gekommen. Oh, cool mit den Fliegen immer, ey. Oh. Oh, ich habe keine Lust, äh. Komm, noch mehr? Ey, nicht schießen. Bist du verrückt? Jesus, lass es. Ich wollte ein Zeichen setzen. Du standst vielleicht im Weg. Ja, schieß mal ruhig, ey. Hier ist richtig. Oh, hier, Medizin. Ah, Munition. Ah, Munition. Gut, die Truhe ist verschlossen. Die kann ich gleich knacken. Ich habe Dietrich hier. Ah, wieder ein Heft hier. Watch ahead. Nein, meins. Noch eins. Watch ahead. Eins. Ja. Und noch eins. Hier, willst du... Nein, nicht Watch ahead. Willst du Get Hammered lesen? Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Vorschlaghämmern. Oh, Honig. Ich liest es jetzt einfach. Du antwortest ja nicht. Nee, ich möchte es auch nicht haben. So, äh. Hallo. Ja, hi. Lass das bitte. Grüß dich, Patrick. Grüß dich. Hallo, Jasmin. Schön, dass du da bist. Wie suchst du denn Müll eigentlich nie? Da war... Watch ahead. ...fleisch. Motor, Blei und... ...äh, Dings drin. Pflastersteine. So weit war ich doch noch gar nicht. Jasmin. Äh. Da ist ein grüner Knopf. Wieso rutsche ich hier seitlich weg? Oh. Hier war ich aber auch noch nicht. Oh. Sind wir doch nur nach oben gegangen. Ja. Aber hier, die ganzen Unterschränke nicht mitgenommen. Oh. Ich hab mich doch umgeguckt. Jasmin, jetzt drängel doch nicht so, ja? Hättest du eh nicht mitgenommen. Du musst doch, du musst doch mal ein bisschen Ruhe an den Tag legen. Chili-Hotdogs kann ich jetzt herstellen. Oh, geil. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Äh, auf dem Garagendach. Da ist eine Palisade, da kann man hoch. Links von dir, ne? Also hinter dir quasi. Mann, hei. Ich nimm mal erstmal die wichtigen Sachen mit hier. Die er nicht mitnimmt. Also ich möchte jetzt hier nichts unterstellen, aber es hat sich angehört wie ein Vorwurf. So, jetzt darf ich fertig mit dem. Anscheinend nicht. Au, das sind nicht deine Sch... Bist du denn? Oh ey, er schießt immer nur rum. Voll, Patrick. Alles cool. Diese Musik bedeutet... Ja. Ich hab alles unter Kontrolle, Jasmin. Stell dich vor. Warte, ich muss nachladen. Ja, warte. Keine Ausdauer. Warte bitte kurz. Hallo, was machst du denn da jetzt, hör auf zu schießen? Er wollte wieder aufstehen. Ja, du lockst die doch alle an, du. Fasche, ey. Oh. Ja, ist leer, der Unterschrank. Hat sich nicht gelohnt. Stylische Hose. Hey, Jasmin, ich hab alles unter Kontrolle. Stell dich einfach nur vor mich. Willst du einen Heizkörper abbauen? Warum? Messing. Hast du deine Zange nicht mit, oder? Äh, doch, aber ich habe meine Taschen für andere Dinge ver... Braucht. Also, was ist das? Das hab ich schon. Das ist Bauplan, die Jagdmod. Das hat sich beides noch mal. Jacke brauche ich nicht. Also, ich brauche diese Jacke nicht. Ja, 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 ja. Willst du eine Jacke haben? Ich habe eine gefunden. Oh, ich gehe immer den Weg nach draußen. Das war's hier oben, ja? Das war's schon. Ach, hallo. Hallo. Wo bin er denn denn? Warte, ich nehme die Strohflinte. Nimm doch nicht immer die Flinte. Das mean ich hab alles unter Kontrolle, ja? Stell dich einfach vor mich. Ich glaube, das ist das, wo ich letztens fast draufgegangen wäre hier drüben. Bypass and gas? Ja, genau. Links wäre auch noch eine Scheune, wenn du Bock hast. Nee, lass mal erstmal hier rein. Ich glaube, hier ist auch noch. Hier kannst du abbauen, hast du links. Benzin? Ja, wenn du das mitnimmst, dann mach du mal. Nee, nicht nur Benzin. Wenn du die abbaust, kriegst du auch Stahl und Blei. Diese, diese Dinger da. Na, wie heißt es denn jetzt? Nee, hier war das nicht, wo ich meinte. Aber ist ja egal. So. Ich hab die schon mal ein bisschen gereinigt, ne? Ey, ich such grad ne Tür. Hier. Bist du schon drinnen? Ja. Okay, ich bin da. Du brauchst keine Angst mehr haben. Nee, ja, ja, ich trau dir nicht. Na, siehste? Alles leer hier. Wo kam er denn her? Oh, Jasmin. Muss das... Uh! Muss das denn sein? Während ich hier die Bahn freimache, ja? Hier ist noch ein Kochbuch. Kann ich dir gleich geben. Äh, hier, warte. Hast du sogar zwei. Und? Weiß ich mal voll. Warte mal kurz, warte doch mal kurz. Kannst du doch mit A direkt lesen. Brauchst du nicht aufnehmen. Ja, natürlich. Ja! Ich kann die mit A nicht aufnehmen. Ey, der geht... Müssen wir einmal kurz... Ja, ich hab's doch grad versucht. Das ging nicht. Was hast denn du hier so, was man dir vielleicht geben könnte? Gammelfleisch. Ja. Hast du noch? Kohle. Ja, gib mal her, die Bücher. Ja. Blei. Knochen. Speck mit Eiern. Also Knochen brauche ich ja für mein Messer. Blei hast du gesagt? Ja. Papier? Äh, nö. Wie weit bist du denn überladen? Ähm, kann ich dir gleich sagen. Einmal alles einsatzieren. Sechs. Schmeiß dir mal das in die Rüstung. In die Beine oder irgendwo mit rein. Du, 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 du. In die Beine geht schon mal nicht. Geht nicht. Geht nicht. Kannst du wieder haben. Hast du kein Körperteil, wo das rein kann? Nein. Was ist du für eine Pillow-Rüstung da? Du läufst da rum wie der letzte Hinterwäldler. Ah, hier an der Arme geht das? Ja, sicher. Ja. So. Wo jetzt? Ich bin grad... Kleinen Moment, ich bin grad dumm. Aha. Aha. Äh, jetzt gehen wir in den Bunker. Welchen Bunker? Da ist noch was zum Abbauen. Äh, in den Fässern ist auch noch Benzin drin. Oh, geil. Kein Glück hab ich hier reingeguckt. Ist das hier? Eisen, ne? Genau in die Sterne. Das war ja einfach. Ah. Ja, wunderbar. Hier unten ist ein Schrank unberührt. Mais. Munition. Oh, Jasmin. Der nächste Blutmund ist sicher. Von mir aus könnte das heute schon sein. Mhm. Möchtest du die Kunst des Bergbaus Band 2? Hab ich nämlich schon gelesen. Ja, egal. Gut, geb ich dir. Wo bist du denn da? Äh. Im Bunker. Eins Papier. So, cool. Hier. Äh, warte. Kannst du studieren? Wo bist du? Da bist du. Da bist du. So. Ja, haben wir dir im Bunker auch schon durch, Jasmin. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen unbedingt mehr Forge Ahead. Wie viel brauche ich denn noch? Äh. Sechs. Sechs Bücher noch, dann kann ich den Zementmischer machen. Den Zementmischer. Dann lass mal erst zu Moe's Grottery gehen. In der Hoffnung, ich kann dir den Zementmischer machen. Du bist nass. Faszinierend. Das, wo ich nur durch Wasser gelaufen bin. Wolltest du den Stein auch mitnehmen? Ich hab hier Besuch. Ich hatte hier Besuch. Ich kann hier leider keine Bücher finden, Jasmin. So ein ganzer Stapel. Oh, wo war denn das? Ich bin irgendwo mal gewesen. Da waren so viele Bücher. Das war jetzt dreist. Er hat sich hinter der Tür versteckt. Kochbuch. Das ist ja dann wieder für dich. Hm. Jasmin. Darf ich mal in den Schrank ran? Äh. Ein Kochbuch. Geil. Die Schlösser knacken hat sich so gelohnt zu lernen. Äh. Goldrausch. Du scheinst genau zu wissen, welche Tresore du knacken musst. Binde 10% mehr Dukes und Bargeld in Tresoren, Kassen und Geldautomaten. Ach ja. 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 Ich nimm's mal mit. Hier. Ich bin immer so. Hier. Zwei Goldnuggets. Jasmin. Ich bin jetzt reich. Hol mein Dinkelbrot. Und mein Monokel. Alles easy hier. Servus. Hat du hier keine Schublade? Das ist ja ein Ding. Muss man mit deinem Chef sprechen. Du bist ja ziemlich schlecht ausgestattet hier. Aber eigenes Klo hat er. Ja, 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 ja. Bisschen sanierungsbedürftig. Busfrau war auch schon länger nicht mehr da. Aber. Zigarettenwerbung. 8,99 die Schachtel. Boah. Das sind ja Preise wie in Deutschland. Uuuh. Da haben wir den durch, wa? Hm. Wo, wo jetzt? Warte, ich hab noch was für dich. Uuund. Da, 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 da. Wie sagt man? Danke. Ja, gerne, gerne, gerne. Ach, nicht dafür. Da musst du doch nicht Danke sagen. Ich bin 8 überladen, ey. 12. Wollen wir noch mal kurz tauschen hier ein bisschen? Boah, na, na, na gut. Schrotflintenpatron. Pfeile. Holz. Ich geb meins nicht her. Gammelfleisch. Gekochtes Wasser. Den, äh, Erste-Hilfe-Verband mit dem... Ich glaub ich dir mein Wasser gebe, Alter. Den Erste-Hilfe-Verband mit dem Schweizer-Logo. Den brauch ich selber. Äh, 22 Nitrat. Nitrat hab ich nicht. 28 Knochen. Ist egal, Patrick. Das kann weg. Also möchtest du keine Knochen? Nee, ich brauch nicht so viele. Dann gibst du doch mir. Ich brauch ja ein, zwei für mein Knochenmesser. Hä, dann nimm doch die Knochen. Das ist doch ein Stack. Ja, gib her. Ja, gib. Lumpen. Ja. Stein. Ja. Lehm. Ja. Lasterstein. Ja. Möchtest du noch was loswerden? Ja. Darum wollte ich es ja endlich machen. Ja, gut. Was soll ich noch nehmen? Äh, Bruchsand. Hab ich nicht. Echt jetzt? Äh, Pflaste. Äh, hab ich. Aber da brauch ich nicht so viel von. Ich hab schon 17. Ah, lass mich in Ruhe. Eisen. Ähm. Äh, nee, hab ich. Doch, hab ich, hab ich. Messing. Äh, hab ich nicht. Das ist ja faszinierend. Nägel. Mit Köpfen. Hab ich auch nicht. Oh. Boah. Prost. Hier dieses Sandwich, Scham, blablabla. Alte Toaster. Äh, nee. Motor. Elektrische Teile meine ich. Ähm, hast du den elektrischen Motor oder den blauen? Den elektrischen. Also gelb, ja. Ich hab nur blau. Also nein. Nee, hab ich nicht. Aloe Vera Creme. Mhm. Kleber. Ähm, nein. Alter. Es fällt kein Werfer. Nein. Wirklich nicht? Nein. Boah. Das kann weg. Möchtest du Kaffeesamen haben? Also Kaffeesamen? Ähm, ja. Oh. Ich hab noch drei überladen. Das hat die Pflanzenfasern auch genommen. Ja, ich bin nur noch sieben. Na dann. Ich könnte ja noch mal was naschen. Dann würde ich nämlich nur noch sechs überladen. Wo wolltest du jetzt hin? Äh, können wir gleich hier nebenan gehen, oder? Vogelneft. Hallo. Wir streiten uns um den Einkaufswagen, aber ich will ihn gar nicht haben. He, 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 he. Da kommt ein Wildschwein. Vorsicht. Kein Problem. Oh Mann. Kein Problem. Ich bin noch... Na, lass, 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 lass. Ich bin noch da. Lass, lass, lass. Ich mach... Ich muss mich da verteidigen, wenn der mich angreift. Nein. Die wären doch nur aggressiv, wenn du dich wehrst. Das ist ein Wildtier, Jasmin. Nein, das hat mich ja angegriffen eben. Aua. Da kommt doch noch ein. Oder nicht? Nee. Wollte das sagen, irgendwas habe ich doch hier gehört. Vorsicht, Polizist. Links. Links. Voll in die Wand geschoben. Äh, lauf. Er platzt, er platzt, er platzt. Er ist mühend. Mein Gott, die Frau muss ja alles selber machen, ey. Du hast die zu mir geschubst. Er läuft erstmal weg wie ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Wir haben 2023. Äh, hör auf mit der Kacke. Ah, wo bist du denn jetzt? Äh, im Schuppen. Hier sind auch einige Säcke. Äh, ich weiß aber nicht, was drin ist. Voll in den Kopf geschossen. Hehehe. Äh, beschwerter Kopf-Mod. Warte mal. Die können wir doch rein theoretisch in unseren nicht vorhandenen Vorschlag. Wieso habe ich denn gar keinen Vorschlag haben? Kann ich die hier auch rein machen? Aber die kann auch da rein, ne? Irgendwo will irgendwas raus. Was ist das hier? Hopfen pflanzen. Ah, da ist Hopfen und Malz verloren. Brauchst du erste Hilfe? Ach, nee. Gerade nicht. Ist ja irgendwo ein Vogel oder was? Und das Buchladenkiste. Oh, Forge Head. Geil. Oh, Bauplan für den Mod. Und noch ein Handwerker-Ding. Jetzt brauche ich nur noch, äh, ich glaube, fünf Forge Head-Bücher. Aha. Ja, fünf. Und ich kann schon eine Stufe zwei Werkbank bauen. Äh, fünfmal Forge Head. Oh. Es ist zum Greifen da, Jasmin. Zum Greifen. Ja, ich weiß immer noch nicht, wo du bist, du. Ich bin immer noch in der, ich bin immer noch in der Scheune. Äh, aus dem siehst du doch mein Pfeil. Uh, das bist gar nicht du. Ich habe mich umgedreht. Ich dachte, du bist neben mir. Nee, ich war schon ein bisschen weiter. Ja, das habe ich am Pfeil denn auch gesehen. Hi. Da, da drin ist nix gewesen. Warst du schon unten? Hier ist ein Rucksack. Naja, wenn sie nicht antworten, gehe ich mal runter und dann... Hier ist ein Rucksack, habe ich gesagt. Ja, und ich habe dich gefragt, ob du hier schon drinne warst. Geh doch nicht alleine bei sowas rein. Jetzt holt er wieder alle hierher. So. Das klang wie hinter mir. Weißt du, Nitrat kann ich nicht mitnehmen, ey. Ich glaube, oben bei dir ist einer. Wieso oben? Ich bin nicht oben. Wer ist denn jetzt hier? Dankeschön. Ja, bitte. Bitte, Brigitte. Hä? Aber ich habe doch jetzt... Hä, Bane. Was? Nee, nix. Der obere Teil der Bude ist ja schon gelootet. Äh, nee. Also teilweise. Hier ist noch ein Buch für dich. Ich kann es dir aber nicht mitnehmen. Mhm. In der Küche denn, ne? Ich würde gerade sagen, wo willst du denn hin? Oh, cool. Ich habe meinen Pfeil wiedergekriegt. Was ist das? Äh, Heimi. Boah, er mit seinem Rum hier Baller hier, ey. Bist du drin, ne? Ja. Und ich habe eine Pistole und ich werde sie notfalls benutzen. Aha. Eine Pistole, wo ganz viele Kugeln rauskommen. Eine Wasserpistole. Oder Bleipistole. Bist du... Wo bist du denn? Ich bin jetzt oben. Oh, oh. Hörer. Die Haltbarkeit eines oder mehrerer Rüstungsgegenstände wurde geschwächt. Ja, musst du die neu machen. Äh, was ist denn gedamaged hier? Kann ich den nur reparieren, wenn ich den eingesteckt... Ah, scheiße. Sven hier, ey. Nur eine Tür. Oh. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Legt euch mal beide wieder hin. Finde ich eine gute Idee. Das wird doch nur mit Eisen repariert, ne? Das steht doch immer doch. So, Schnieke. Ich bin wieder heile. Hier oben ist nichts mehr. Hier hast du alles ohne mich gelootet? Ja, da war nichts. Da war jetzt nicht wirklich viel. Wo bist du denn? Ich bin nur einmal hier in dem Zimmer oben. Wollte nur gucken, ob hier noch irgendwo ein geheimer Gang ist oder so. Es sieht ja aus, als wenn es noch eine Etage drauf gibt, ne? Das ist ein Dachboden. Oh, ey. Oh. Was hast du denn? Ich bin auf dem Dach. Ja, und was gibt es da so schönes? Ich bin der Wetterhahn. Hä? Was hast du denn? Wie lange spielen wir eigentlich schon? Äh, warum? 41 Minuten. Wolltest du etwa damit das Ende dieser Folge einläuten? Ne, ich frag nur. Äh, Jasmin? Ja? Wie komme ich hier nochmal runter? Weiß ich nicht, spring nur einfach. Äh, ich glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Höh. Ach. Glück gehabt. Ja, hätt ich mir aber, hätt aber sonst was passieren können. Das war aber uns gefährlich. Ey, da rennt ne Bekloppte die Straße entlang. Aber das bist ja du. Maschinen-Gonauts. Ja, ich... Ey. Was, äh, was? Da hinten mal ins Haus gucken noch. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge, oder Jasmin? Ja. Dann gucken wir in der nächsten Folge da hinten ins Haus. Wo auch immer das sein mag. Ich glaube, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.